Wir haben richtig gelesen, das Bundeswirtschaftsministerium fördert Sie wieder bei der Umsetzung Ihrer Digitalisierungsmaßnahme. Ob verkaufsstarke Webshop-Lösung, eine zukunftsweisende Website, eine individuelle Webprogrammierung, eine gewinnbringende Online-Marketing-Strategie für Google und Social Media, nutzen Sie die Chance, Ihre Digitalisierungsstrategie jetzt umzusetzen. Je nach Projekt werden anteilig bis zu 33.000 Euro netto gefördert. Sie erhalten also einen Zuschuss von 16.500 Euro. Als autorisierte Co-Digital-Agentur analysieren und entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Anforderungen für mehr Erfolg im Internet. Und keine Angst bitte vor Bürokratie. Der komplette Förderantrag wird von uns gestellt und abgewickelt. Setzen Sie sich jetzt mit uns in Verbindung. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.